Hallo Freunde und willkommen zu diesem neuen Video, heute mal mit einem sehr speziellen Thema und zwar wie monetarisiert man Downloads perfekt. Ich persönlich kenne so viele Portalbetreiber oder Leute, die etwas zum Download stellen, was schlecht oder gar nicht monetarisiert ist. Wer seinen Nutzern kostenlose Downloads anbietet, aber damit kein Geld verdient, der hat sich wirklich wenig informiert und verschenkt in meinen Augen sehr viel Potenzial an Einnahmen. Ich habe eben schon angedeutet, Portale erstmal vorab, welche Zielgruppe meine ich eigentlich damit. Es geht dabei um Portale bzw. Download-Websites, bei denen etwas for free zum Download gestellt wird. Solche Seiten haben neben der normalen Werbung auch noch die Möglichkeit, durch die Downloads direkt Geld zu verdienen und das, obwohl sie kostenlos sind. Da natürlich im Web viel gedownloadet wird, ist es so, dass meistens sehr, sehr viel Traffic dort vorhanden ist. Als Beispiel für so eine Plattform, so eine Download-Seite ist gta5-mods.com. Das Prinzip ist eigentlich sehr simpel. Leute bzw. die Community laden dort gta-mods hoch und durch ein Ranking, durch Reviews, Bewertungen, wie auch immer, kann man sie dort wieder downloaden und das der Community präsentieren. Eine andere Seite zum Beispiel resourcepack.net. Die stellt zum Beispiel Minecraft-Texture-Packs zum Download. Merkt ihr, das sind alles so Portal-Seiten, die sich auf den Download von Free-Content spezialisiert haben. Und da ich unzählige solche Beispiele sehe, die ihre Downloads nicht monetarisiert haben, kommt jetzt dieses Video. Denn man muss ein paar Kleinigkeiten dabei beachten und die folgen jetzt. Angenommen, man ist Portalbetreiber oder möchte eine Website aufmachen, die etwas kostenlos zum Download stellt, muss man natürlich entweder Urheber des zum Download gestellten Inhalts sein oder man leitet einfach weiter auf die Download-Seite des jeweiligen Urhebers. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Datei bei mediafire.com hochgeladen wurde, kann man den Link dorthin verwenden. Man darf nur nicht diese Sachen downloaden, wieder bei sich selbst hochladen und diese dann monetarisieren. Das würde natürlich gegen das Urheberrecht verstoßen. Aber nun fragt man sich, wie kann ich das genau monetarisieren, auch wenn es nicht mir gehört. Und eine der Lösungen, wie das geht, heißt linkwithice.net. Klar, wir sind hier auf dem Linkwithice-Kanal, aber glaubt mir, es kommt gleich noch eine andere Variante, die auch sehr, sehr effektiv sein kann. Aber zunächst linkwithice.net. Was macht die Website kurz und knapp? Unser Service sorgt dafür, dass besonders Download-Traffic gut monetarisiert wird. Angenommen, man hat einen Link von einem Download-Portal, zum Beispiel mediafire.com und möchte diesen Link nun auf seine Website einbauen und monetarisieren. Dann nimmt man sich den mediafire.com-Link, wandelt ihn mit linkwithice zu einem linkwithice-Link um und baut ihn erst dann in seine Website ein. Der Vorteil, wenn jetzt einer auf deinen Download-Link auf deiner Website klickt, gelangt er erst zu einer Linkwithice-Seite mit Werbung, bevor er zur richtigen Website weitergeleitet wird. Und das übersichtlich und nutzerfreundlich gestaltet. Natürlich sehr, sehr profitabel für Leute, die ein größeres Download-Portal zum Beispiel haben. Denn bei linkwithice.net wird man per Klicks bezahlt. Und im Bereich Download kann das schnell mal hochgehen zu 10, 12, 16, 18 Euro für 1000 Klicks. Nun kann man sich mal ausrechnen, wenn so ein Texture-Pack zum Beispiel 700.000 oder eine Million mal gedownloadet wird, was da eigentlich für ein Volumen hinter steckt. Also das ist eine der Methoden, wie zum Beispiel Download-Portale ihre Inhalte monetarisieren können, wenn sie zum Beispiel auf externe Download-Links leiten. Dann gibt es aber noch eine zweite, eine andere Methode. Und die bezieht sich auf Produkte, die man selbst entwickelt hat. Das heißt, Sachen, die man selbst erstellt hat und zum Download stellt. Und diese Methode lautet CPI-Networks. Was ist das? Es ist quasi so, dass man seinen Download verpackt und derjenige, der das Produkt dann downloadet, hat ein Installationsfenster. Also dass noch andere Produkte nebenbei empfohlen werden, die man installieren soll. Dabei muss man sich natürlich fragen, wie nutzerfreundlich ist das, wenn meistens sind diese CPI-Networks darauf ausgelegt, dass vielleicht was installiert wird, was der Nutzer nicht möchte. Da muss man dann selbst abwiegen, welches CPI-Netzwerk man wählt und daraufhin entscheiden. Wichtig ist bei dieser Methode aber wirklich, dass man alleiniger Urheber des Produkts ist. Die Variante zuvor mit Linkvertise ist dann natürlich etwas einfacher und natürlich unkomplizierter. Es funktioniert ja quasi auch, wenn man auf jede x-beliebige Seite verlinkt. Diese speziellen CPI-Sachen, also Cost per Install, das mit dem Installationsfenster. Ich habe euch hier mal ein Netzwerk ausgesucht. Hier steht sogar 4 Dollar per Installation. Da muss man aber sagen, dass es wahrscheinlich von Land zu Land wieder sehr starke Schwankungen gibt. Ja, diesmal wieder zwei Methoden, wie man als Download-Portal Geld verdienen kann. Nummer 1, Linkvertise. Nummer 2, CPI-Netzwerke oder Paypal-Install, also PPI-Netzwerke. Könnt ihr gerne mal auf den jeweiligen Seiten nachschauen. Für uns selbst ist es natürlich gute Werbung, wenn ihr mal auf linkvertise.net vorbeischaut und darüber vielleicht eure Downloads monetarisiert. Unsere Kunden in diesem Bereich haben wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und setzen inzwischen auch auf eine dauerhafte Lösung per API oder Premium-Partnership. Ansonsten, das war es soweit mit diesem Video. Falls ihr noch mehr wissen wollt, abonniert den Kanal und schaut wirklich mal rein. Ein Must-Have für jeden Publisher und nun bis zum nächsten Video. Ciao.